Wie Silvia Wollny vor ein paar Tagen bekannt gab, hat ihre Tochter Sarafina ihre Zwillinge zur Welt gebracht. Aufgrund einer vermuteten Schwangerschaftsvergiftung kam die Wollny-Tochter schon zuvor in die Klinik. Kurz darauf mussten ihre Kinder per Notkaiserschnitt geholt werden. Nachdem bereits ihr Ehemann Peter Wollny sich an die Fans wandte, meldet sich jetzt endlich auch Sarafina auf Instagram zu Wort. Uns geht es den Umständen entsprechend. Wir sind für unsere Zwerge da und legen das Handy so gut es geht auf die Seite. Die zwei sind unser ganzer Stolz. Wir werden uns in den nächsten Tagen in Ruhe bei euch melden und euch alles erzählen. Wir müssen die letzten Tage erstmal verarbeiten und sind für unsere Zwerge da. Die zwei brauchen uns, führt sie fort. Noch immer hüllt sich die Familie ins Schweigen zum Geschlecht der Zwillinge und zu ihrem Zustand. Jedoch kann man sicher bald mit weiteren Informationen rechnen. Dass Sarafina und Peter jetzt erstmal Abstand von der Öffentlichkeit nehmen, ist nicht nur allzu verständlich. Wir wünschen der kleinen Familie weiterhin alles Gute. Wir wünschen dasiqué euch weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 들�t Riley. Untertitelung des ZDF, 2020